Ich hoffe vielleicht, dass der One-Mind Cell-Medic was bringt, wenn wir keine Regeneration haben. Also was passiert dann, wenn du draufschießt, kriegen wir Heal-It aus? Also wenn ich eine kaputt mache, dann kriegen angeblich ich und meine Heal-It sind hier. Ich hab' schon, ich hab' schon stark, aber. Ich glaub' die hab' ich ja auch die Maus. Ich denk' mal von der Zelle aus, ja. Ich hoffe mal, dass es noch eine große Range hat, wie das andere. Das steht ja explizit dabei, Near-Me. Ja. Okay, dann. Für mich und meine Erlös neben mir. Hat er dich jetzt abgedrängt? Ja. 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 Und jetzt vergesse ich gleich, Schlitter. die alle nur so leicht werden wir hier Ja, das ist ja so, rechts haben wir noch keinen Differen. Ah, das hast du vergessen. Haha, hast du gedacht, oder? Es ist so spät, geht's an. Das war überraschend. Oh, ich bin zufrieden. Ich muss los, alle. Oh, ich bin zufrieden. Das ist ein Differenzial. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Das ist sicher, dass es zwei Erzgäste ist. Warum? Das ist so gut. Ich bin zufrieden. Ich hab ein Cyberschuss überlegt. Ich hab ein 2. Cyberschuss überlegt. Ich hab ein 2. Cyberschuss überlegt. Das sind ja nur 82. Ja, war da, oder? Wir haben 2,2 Multiplayer halt auch. Das ist so. Only power 2. 80. Das ist so. 闊енный. Wie ist der Sinn, ich wieder. Ja. Ja. Das ist so. Dieционern. Ja. 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 Ich habe ihn nicht mehr geholfen, aber ich habe ihn nicht mehr geholfen. Das war's für heute. Was ist denn da noch da unten? Hä? Noch einer jetzt? Nein! Oh, ich dachte gerade, Alter. Ich dachte gerade, ich bin runtergeflogen, Alter. Nee, die Hilde ist runtergeflogen. WTF, Junge? Ja, ich bin voll. Hör mal auf, nicht zu schubsen. Ein Brick fehlt. Aber ich bin fast voll. Okay, komm, das ist bestimmt noch nicht. Viel Stück. Was ist denn die Fetten? Ich hab's berichtet. Holy what, Alter! Ja, wir sind hier. Ah, so dein Heavy Breaker. Ich brauche für uns. Wo ist der? Ah, da wo ist. Okay. Good job, man. Good job. So, noch ein... Nee, das sind keine Champions. Woah! Boah! Ich bin gestoppt bei Ihnen, Alter. Gib dann doch einen Punch, weil... One Punch, Mann, Alter. Boah! Boah! Alter, Leute, ich war fast. Down, Alter. Haha! Oh shit, was rennen die da mit nem Brawlch hier? Oh mein... Ist das wie in der Leere? Oh mein... Oh mein... In der Leere... Ich mach mir hier nicht damit. Ich mach mir hier nicht damit. Ey, ja genau. Er schickt mich weg. Ich bin in der Luft. Niemand schießt auf mich denn nicht. Ich kann den Sandwork schicken. Ich werd launchen. Wir machen mal als erstes. Ah fuck. Jo, wir holen die. Hey, erst der Geek. Alter, drei Stück. Geek. Shh Judge. Dass ich mich Zeit noch protestieren könnte. Ah mach dich, nicht über Kilo. multiple Sekunden. Na, was soll ich machen? Die Team-Slamers sind schon wieder offline, Alter. Oh, jetzt muss man doch nicht aber hier nur das Feld laufen, jetzt kann ich nicht durchsuchen. Ich hoffe, dass ich das nicht umgehebe. Hallo? Ah, stimmt. Oh, bin ich noch da? Bei dir? Ja, auf dem Feld hier. Oh, f*** dich, ich bin in den Abgrund-Fahrer, Alter. Ja. Oh, gay, Mann. Wurde so links vorbei-teasen ein bisschen, Alter. Ich bin hier noch nie links gefahren, oder? Ich hätte mal ausprobiert, Alter. Entdecke die Möglichkeiten, Alter. Da steht bestimmt auf dem Turm gleich einer, Alter, von den Barrier-Mongos. Oh, die Sniper-Oben müssen auf Erd, da darf ich gar nicht. Ey! Genau deswegen. Hähnchen links erstmal, Beachtung. Ey, da hat's mich rausgeschmissen. Euch auch? Hm. Dann geh ich wieder rein? Ich glaube, ja, natürlich. Wie ist das? Was ist das hier? Das ist ein kleines Roger-Test. Holy shit, Alter! Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, shit. Net-Nap ist sogar noch online. Oh, komm her, ich hab einen Rift, Alter. Alter, ich bin irgendwo ein Affen, ich bin ganz am Anfang, Alter. Ah, muss mal wiederbeleben, wenn du so weit bist. Ja, ja, das ist ne Sekunde noch. Also, den finde ich schlimmer als den anderen letzte Woche. Hm, wenn wir so wenigstens, wenn wir so was machen. Ah. Okay, ich hab den Weg. Äh, da ist Tod drin. Da ist Tod. Also, da ist Dicke drin, der ist Tod. Ja, ich... Voll, ich tue lieber in den Kapitel. Alter, rein und fertig. Ich schmeiß keine Ahnung. Machen wie ein CS, Alter. Einfach über die Mauer so, weißt? Haha. Oh, hier kann ich jetzt... Nee, komm mal, ne. Hast du's, wenn man was Wett machen kann, Alter? Nee, ich konnte. Ich glaub, ich konnte. So. Wär da nicht gefunden. Okay. Nimm das E-Nap. Ja. 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 Wenn. Oh... Fits auch eklig. Ahja... Shit, ich geh mal ran. Na da ist eins, doch mal rein. Der hat mich komplett wieder zurückgeschickt, Alter... Eee. Ich hab mich los wegen, Alter. Ich geh mal raus. Dichtbar, da gehts jetzt auch ecklich, ne? Was jetzt kommt, yo, Alter? Dann krieg ich hier oben einen Jogging-Headers, wenn du da... Ja, ich glaub, die haben das jetzt so... Soweit ich weiß, haben sie es gefixt. Wie? Oh, Männer, Alter. Komm, wir machen das gut, ich glaub hier mal. Ja. Nein, da unten ist... Das Boot, Alter. Da ist ein fucking, was ist denn das, Alter? Ein unstoppable, glaube ich. Ja, mal diese Cheese-Spots, ne? Kannst du auch hinten, hinter dran gehen, Alter. Also hinter die... Ja, ja, ich hab's genannt, ja. Ja, ich hab's genannt, ja. Ja, ich hab's genannt, ja. Aber du musst dann auch packen, weil da kommt auch dieser Dings hier mal vorbei. Dieser Ventilator da. Ja, ja, wir sind nach oben. Aber ich glaub, mit der kann ich jetzt... Ich habe zwar... Die Mod drin, dass ich unstoppable damit bremsen kann, aber es geht nicht Doch, ich hab nur die paar Jahre Ich hab nicht geglaubt, dass ich ein Barry und ich weiß Ja, aber Ich muss kurz warten, dass er seine Gun durchtet und dann ist er Ja, aber ich glaube, das passiert bei der Geht weiter, glaube ich Ja Da war doch noch ein unstoppable Nein, nein, da geht es nicht Nein Ich sehe gerade despawn wieder, what the fuck Was in den Bauern hat, komm Es will kein Rüber Okay Den engen Ding kannst du ja auch nicht übertreiben, alter Ich hab fast so, ey Ich weiß nicht Oh fuck Okay Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber oben rechts sind glaube ich Snipern Hm, aber natürlich geh vorne zugegangen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Bei dem Sparrowding fährt einer vor und Polity andern Alter wieviele roll' Ich bin sicher. hat er schon recht Ist da noch irgendetwas an Sub-Apple-mäßiges, Digga? Auch. Auch. Wieder probische Schilde da oder nicht? Ja. Wer will vorfahren? Ich fahr. Drei Champions. Vier. Kommt zu uns. Willst du die skippen? Wir haben schon den Anfang durchgebrochen. Ja. Ich komm zurück, oder? Ach komm. Ich sparte deine Dinger. Ich verstehe. Ohohohoho. Nur gib dir mal einen Boxer, Alter. Die sind da oben. Zwei Stück, ich sehe es, Alter. Ja. Genau, Alter. Ich bin schon in Afrika. Drei Pilzen, Digga. Lass es. Ja. Und der kann nachher. Kommt mein... Yasha ist auch wieder da? Ich spawne aber vorne. Ich habe zwar noch Ult. Wie gesagt, ich darf hier komplett beschissen, Alter. Ja. Okay. Ich komm da noch. Ich probier mal. Ich bin schon fast zurück. Okay, jetzt bin ich schon schon ganz langsam. Ja, wo ist die Dinger hier damals immer? Ja. Ja. Ja, das ging weg, Alter. Wo ist noch ein Barrier? Nach vorne. Da sind noch zwei. Oh, wie sieht's. Barrier? Ja. Ich schick's hier normal drauf und ich mach die Barriers immer weg, Alter. Ich schick's hier normal drauf und ich mach die Barriers immer weg, Alter. Ich schick's hier normal drauf und ich mach die Barriers immer weg, Alter. Nichts. Mae proposiert da wieder. Ja. Weißt du was ich jetzt machen kann, ist mit dem Schwert halt direkt dran, Alter. Ich glaube nicht, dass wir den direkt kriegen würden. Naja, natürlich nicht, aber ich hab halt sogar... Oh, shit. Shit, man, meine Babel, ich weiß nicht mehr. Oh, shit. War das gut aus dem Damage? War das kein Klammer weg, oder? Wissen, auf denen die Menschen hier stehen, ich verhandle mich für die Damage Ja, ja Natürlich soll ich ein Schöpfen-Damage Das ist weg Oh shit Ich hab's drückt dich noch Okay Aber sein Ding ist unten, oder? Ich fahr runter, aber schon ein bisschen Ja Digga, wo bist du? Ah ja, ich kann jetzt wiederkommen Ein Schicksort wird gesucht Was? Was? Ich hab' ich ja viel gesehen, Alter Oh nein, warum bist du erst gestoppt? Okay, geh weg, geh weg Verdammt, grad mal Digga Ja Ja Ich bin doch da, warum kann ich das jetzt... Es ist doch behindert, Alter Einstiegsort wird gesucht, Alter, wo gibt's denn sowas? Das war jetzt funny Das hab ich noch nie gesehen Ich auch nicht, Alter Okay Okay, okay Schiss Ach so... Ja, aber da ist jetzt eigentlich zwei Sekunden Und die sind eigentlich kunden, oder? Ich muss halt gar nicht durchführen One-Hit, Alter damn Ja 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 kam Welp Da Eine Geisthülle habe ich gekriegt Eine Exo-Geisthülle Bestimmt, die hast du immer gekriegt, wenn du den hier auf 100k früher gemacht hast Wenn nicht immer Echt? Ja